Hallöchen und Willkommen zurück zu Let's Play League of Legends, ja mit Justin. Let's fail League of Legends und hallo. Ja, wenn ich Amumu spiele, muss das ein Let's Fail sein, da hast du recht. Ja, wir haben Gegnerteam Renekton auf Top-Lane, Trinder im Jungle, Lissandra in der Mitte und Twitch und Blitz auf Bot-Lane. Ja und bei uns, Riven war top, ne? Ja. Ist das, war Vayne Diamant? Sehe ich das grad richtig? Ich guck mal eben. Also, der Raben sieht zumindest stark nach... Das ist Platin. Das ist ein Platin-Rab? Oh ja, Diamanten haben Diamanten an den Ecken. Ah, okay. Wow. Ich bin zu sehr bei StarCraft gewesen, glaub ich. Ja, und ich als Amumu im Dschungel und Justin kloppt er sich als LeBlanc. Ohne Runen. Ohne Runen, weil das der Smurf ist, falls ich sonst tot bin. Gold ist trank. LOL. Bei LOLNexos steht, the region you're searching is temporarily disabled. Hey! Bei LOLSklar auch. Okay. Wieso haben wir eigentlich einen Platin-Jupiler dabei, den ehemaligen? Kann sein, dass er mit einem Unrank zusammen Premade spielt. Na gut. Oder er wurde gepostet und ist jetzt wieder zurück auf Bronze. Das sind die meisten Platin-Jupiler. Okay. Die Zeit. Warum? Ja, die werden hochgebostet bis auf Diamond. Und dann, wenn ich so jemand wie ich auf Gold-2 auf Platin-5-Gegner treffe, dann ist klar, dass der gewusstet ist. Na gut. So, ein Spiel gegen Lissandra, ne, richtig? Ich glaub schon, ja. Okay, dann geh ich auf Last. So, Top-Lane. Renekton gegen Riven. Hm. Was gelegt zuerst? Verzweiflung? DE. DE. Ach ja, der Wutanfall, genau. Da war ja was. Ich mag Amumu. Die Ulti-Stronk. Ja. Äh, wo soll die Einheiten... Oh Gott, sieben AP. Okay. 18. Hm. Damit fang ich dann lieber mal an. Keine Ahnung. Cool zum Poken, oder? Soll ich ihm noch Smartcast ändern? Hm, ich kann dir leider nicht helfen. Ich brauch das Early Advantage mit Level 2. Aber solange ich ihrer, äh, Q dodge, soll ich okay sein. Puh. Nix, lol. Das ist ja immer hingegangen und wieder zurück. Ja, trotzdem. Ich hab keine Lust, dass mir kein... Lass mir nur ein an den Reds-Deal, sonst geh ich gleich zu denen rüber. Wenn du mir Bescheid sagst, komm ich, ne? Ja. So, dann die W, ne? Mhm. Da du bei Burgesschatter das kannst du machen. Dieses Heul-Feld, ne? Der tut einem so leid, der Amumu. Oh, lol. Ich bin zu schnell. Wofür? Ich hab meine Q als erstes gemacht, aber mein Smartcast war so schnell, dass die Q nicht gehockt hat. Lol. Haha. Zu gut. Wie macht man das eigentlich zuerst? Erst die E auf der Gegner und dann die Q rein, ja, ne? Äh, ja, die E kannst du, aber du kannst auch direkt Q-W machen. Ja, weil Q macht ja mehr Deck, äh, das löst ja aus, wenn du da noch eine Fähigkeit drauf ziehst. Richtig. Oh fuck, ich mach's falsch rum. Na egal. Äh, normalerweise machst du Lo- Ja, ich weiß. Dann die Wölf und dann direkt den Buff. Naja. Was soll's. Ja, das zum Thema, mein Red ist safe. Loll. Loll? Ja, um du halb so lange braucht das. Was ist er noch da? Ja, er ist noch da. Geh ins Gewicht damit. Ja, ja. Ich war grad nur verwundert, weil mein, äh, Ping auf einmal nach oben geschossen ist und hat gesagt, äh, hier ist nichts. Aufnahme. Und immer loben. Boah, mit Amumu zu Jungle, das ist so entspannend, ne? Jo, gegen die Silesander zu lehnen. Echt so einfach, oder was? Was? Ja, für mich schon. Und sie flammt mich grad, dass ich einen No-Brainschamp spiele, dabei musst du, du musst mit Leblanc Komoot treffen, wenn du nicht die Komoot treffst. Ja, wenn du Komoot nicht triffst, bist du downed. Ne, das noch nicht mal, aber... Da hast du aber ein großes Problem. Ja, du bist wie Renga, du bist einfach Nutzschluss, wenn du nicht einen One-Shotten kannst. Alle geflasht, ey. Was skill ich zuerst hoch? Die E kannst du hoch machen. Okay. Welchen haben die im Jungle? Trinder. Okay, der sollte nicht weltliche Bedrohung darstellen. Glaube ich auch nicht, der wollte grad ganken, als ich da weggegangen bin. Ja. Ich will bleiben unter dem Tower-Farm, easy. Was Einfaches gibt's ja wohl nicht, oder? Was? Wieso kommst du hier? Kann man die machen. Aber, warum? Kann man. Okay. Sie hat ihn mit Lern gepusht. Na gut, klar. Aber ich soll die Elfen kommen. Kriegt ihr die? Das war ein Mega-Fell von denen. Von wem? Von allen Gegnern. Okay. Du bist Riven! Warum brauchst du nur Hilfe? Weil beide hinter ihr sind. Riven als Champion sind dazu ausgelegt, wegzurennen. Ja, irgendwo schon, ne? Sie sind vollkommen dazu ausgelegt, wegzurennen. Oder hinterher zu Jason, ehrlich gesagt. Q, E. Oder nah herankommen lassen, dann die W. Nächsten Bluch für dich, ne? Unterwegs. Wenn du es überlebst. Beziehungsweise, wenn er das überlebt. Ja. Ja. Bist du mal wieder richtig sneaky unterwegs? Ja sicher! Was es da geht? Total Front-Gank. Pass mich durch. Noch ein bisschen EP-Taxen. Ja, so ist es schön. Komm, 5 Sekunden. Kann ich die Valve clearen? Ja, Riven macht Scheiße. Helft ihr! Bin unterwegs. Aber der Renekton ist nicht da. Das sollte irgendwo sein. Nein. Hier ist er nicht mehr. Ja. 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 nach der siebten Minute da. Ja komm, dann komm zum Blumen, dann holen wir uns den. Bis zu dem. Okay. Ja, ich brauche ihn grad nicht unbedingt. Du brauchst die Nähe auch verlehnen. Sorry. Na, da ist aber deine wenigst lang genutzt. Ich weiß. Ich nutze sie gar nicht. Ich spring einfach rein. Beziehungsweise doch. So. Mach tot. Na gut. Wenn du Level 6 Mitte kommen, Gangs, dann ist es glaube ich die Instant tot. Ja, dafür brauche ich erstmal Mana. Also einmal muss ich nur zurückgehen. Jetzt habe ich ein Problem. Na, ich... Mal schnell, ob ich hier noch EP kriege. Ja, ich habe meine Ecke fällt. Hm. Schade. Komm ins Borderline? Äh, ich habe keinen Mana mehr. Hast du genügend von der Kuh? Ah, okay. Ich bin komplett low. Mach nichts. Ich töte ihn auch allein. Kannst auch mittehalten, XP's. Ja, ich... Muss gerade erstmal gucken, dass ich hier mein Level abkriege, ohne zu sterben. Warum? Jupp. Und da ist die Ulti. Und das ist richtig Bronze von mir grad? Ist doch wurscht. Ja, das war ein Megafill von mir. Passiert. Und sehe ich es immer noch nicht mit dem Fahr mit auf. Wow. Ja, diese Riven braucht Hilfe. Bin unterwegs. Nice. Wurscht halt einigermaßen. Naja. Meinst du sein? Achja, wen kriegt die schon, glaube ich. Was ich mich grad frage, warum nennt... Warum nennt man Leblanc ein No-Skill-Champion, aber das andere nicht? Ich mein, das ist eine Kommut, die du machen musst und die trefft immer. Tja. Komm, Renekton, komm. Ja, ich hab sie grad. Ich hab sie dann gebürstet. Dann hätt ich defile grab, wer sie zurückgewählt hat. Renekton, nicht mit Amumu fighten. Fuck. Ups. Leicht den Schaden unterschätzt, den das Ding macht. Ich finde, der geht ja nicht. Also, der Sander. Okay, da ist sie. Die steht auf allein. Jo, der hat grad irgendwie, glaub ich, das gemacht. Wieso? Easy. Geil gesprungen, bleibt tot. Oder was? Was, Rapport? Der wie was? Ich glaub, die Dings is mad. Ja, ich glaub auch. Wahrscheinlich, weil Kayleigh grad nen Kill geklautert hat oder so. Ne, ne, ich meinte jetzt die Alessandra. Ach so, ja, die sowieso. Sorry. Habst du mir im gleichen Pinkwort? Ich brauch einen. Ja. Kannst du ja aussuchen. Da. Oder da. Ich hab auch einen. Das heißt, ich werd den an der jeweils anderen Stelle machen. Ja, mir ist das wurscht. Gut. Na gut, aber du kriegst Dingens ja, ne? Ohne Probleme down die Lissandra. Ja. Und schuldig jetzt schon beinahe. Lass mal Trang gucken gehen. Okay. Wir sind mir ein bisschen zu lang weg. Ja, ist noch da. Wo hattest du denn? Ah, da kommt. Komm, machen. Ja, 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 ja. Ich bin überwaltig. Mach dich frei. Gib ihm. Chase. Lissandra kommt von oben. Toll. Hab ich schon mal gesagt, dass ich sie liebe? Leblanc? Leblanc? Ja. Ist mega lustig, der Champion. Ich bin immer top aushelfen. Mach das. So, ja, genau. Ich wollte ja ein Pinkwort kaufen. Äh, da. Pinkwort. Was trau ich mir dann? Welche Schuhe? Maxis? Okay. Hand of K? Hm? Was? Oh. Easy. Ich packe mein Pinkwort hier oben beim Baron rein. Nein. Da. Ja. Bei Baron halt. Die Baron-Seite. So. Oh, warum fäll ich immer meine Chain? Ich hoffe, hier ist nichts im Busch. Egal. Nananananananananananananananananananananananananana. Ah, mu mu. Ach, deswegen ist er weglaufen. Warum machst du deine Wehren? Damit machst du kein Jandertown. Back, 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 back. Schöner Minion-Voc. Hutz. Komm! Muss echt noch werden, wann man reingeht und wann nicht. Ich weiß. Ich hab grad meine Spells alle gemacht. Oh. So. Fast. Bye-bye. Ich bin U. Egal. Ich frag mich, ob er einfach kein Ulti hatte oder er keinen Bock hat. Wer? Der Ding ist. Oder ob der Burst zu schnell kam. Irgendwas wird's für gewinnen sein. Ja, Bruder. Du Burst sowieso alles down. Der Bluffer. Burst... Ah, verdammt! Sau-sack. Mhm. Was haben wir? Kein Ding. Ich kauf ein neues. Ich hab der Fire-Grab. Jetzt ist alles tot. Ja, jetzt ist alles tot. Drak? Doke? Hm. Ha, ha, ha. Ja, aber... Und Smite on dich. Guck dir jetzt an, kurz wieviel Schaden du hast. Nicht Blue machen. Weiter, weiter, weiter. Nicht Blue. Geh. Sonst... Ja, jetzt haben die Gegner ihn. Drake geht immer vor allem. Ich komme. Vielleicht können wir noch irgendwie einen Kills rauskriegen. Komm, 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 komm. Das ist mein Blue, Schlampe. Ich hab mein Ulti gefällt... Ach, mein Combo gefällt, aber... Willst du mir helfen? Gerne. Okay. Ich möchte dir helfen. Ob ich das kann, ist was anderes. Tja. Könnt ihr mal aufhören, meinen Dschungel zu machen? Das ärgert mich gerade. Oh, das hat wehgetan. Jo, wenn das was. Ist gut. Ich auch. Schwupp down. Wisst ihr? Ich bin Amumu. Ich kann gar nichts. Ich glaube, ich hol mir jetzt Sneaky Switch. Mach das. Ja, ich hol mir Sneaky gerade. Oh fuck. Hab ich gesehen. Okay. Das ging zu schnell. Was? Ja, der Twitch. Easy. Komm, du bist mit deinem Smurf on. Was erwartest du? Wer hat gesagt, ich soll mit meinem Smurf spielen? Ja. Ich weiß. Kein Bock hab hier, äh. Diamantgegner drum zu stehen. Ähm. Da hab ich lieber Bronze-5-Lusion als äh. Hahaha. Diamant-Kerle. Bei den Bronze-5 fall ich dann wenigstens nicht so auf. Wird geil wissen, wie schnell ich Renekton sagen krieg. Wir haben nur so aus Spaß. Ist doch sicherlich noch Top-Lay. Oh. Renekton bitte. Oh fuck. Renekton kommt, Botnik. Du bist sowieso tot. Eben. Da waren vier. Hier kommt's. Putzfrau de Blanc. Bereit zum Aufräumen. Schwupp. Plopp, 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 plopp. Fertig. Blitzcrank will grad backporten. Das wäre also ein ideales Ziel. Wenn du das noch zeitig schaffst. Was? Hast du das gesehen? Ja, hab ich. Ich... Der Q kam sogar schon durch. Ja. Aber die wen nicht mehr. Äh, die eh. Da ist Renekton. Du wolltest wissen, ob du ihn down kriegst. Jetzt nicht mehr. Ja. Nö, er hat ulti aktiviert und ich gab meine Combo nicht mehr. Aber den bekomm ich vor den Schott daumen. Was? Wen? Welch? Da ist wer? Da ist die Lissandra. Ich bin unterwegs. Ah! Nein! Not even a little bit fett. Ach du doch nicht. Blitzcrank. Blöd. Und Ründer. Es gibt Leichen. Meins. Ey, hier ist der Renekton, willst du? Ich bin weg. Achja. Warum tust du so ein Mist? Ich mach so viel Schaden, aber ich halt auch nichts aus. Hm. Der Zwisch hat grad wirklich gedacht, er könnte mich noch kriegen. Warte. Sneaky. Nicht direkt Frontal. Das ist immer ne blöde Idee. Aber, aber das macht doch Spaß. Und sie geht jetzt grad sowieso noch um. Warte. Ich clear ihm die Minions. Okay. Da ist ein Tründer. Warte. Und ein Blitz. Auf. Fuck. Nope. Es war ein Trapp. Crap. Aber nur ganz bisschen. Aber nur ganz bisschen. Es ist ein Trapp. Oh Gott, wir spielen so schlecht. Na zumindest ich. Passiert. Kann win every game. Okay. Ich merke grad jetzt erst, dass du 06 hast. Ja. Heben. Gut. Heben. Hol dir Homeguard. Welchen? Homeguard. So. Ja. Heben. 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 Ja. Ich hasse das. Könnten Track machen. Wenn du Smite Ready hast. Hätte ich ja. Lass mich hier in den Minus nehmen. Unterwegs. Ich hoffe das reicht mit meinem Mana. Meine Mana. Meine Mana. Bitte. Du ledig. Ach halt die Guusche. Ich dachte du brauchst nur eins in. In? Da ist ein Renekton. Ja warte. Warte. Geh hin. Geh hin. Hallo. Man. Ich hasse das. Ich habe keine Ultime im Übrigen. Okay. Dann machen wir Track. Was ist denn noch davon? Und Smite. Was ist denn noch davon? Schön gemacht. Jetzt geht mir Blue. Schön gemacht. Schau doch. Danke. Wow. Mein Blue. Du. Verdammt. Ich hätte ihn hier vorwursten sollen. Na gut. Aber gut. Kein Lull dir. Ich krieg hier nicht mehr. Ich aber. Ich aber. Flip flip fertig. Easy. Ich sehe. Es schmeißt wie easy. Ja. Wir sind das Respekt miteinander. Ja natürlich. Ah ja. Ah es ist ja nicht viel. Machst du noch viel live. Wo ist das Problem? Ja. Das war Bronzer. The greed is with me. Mhm. The greed is with me. The greed is with me. Ich weiß sowieso nicht was die Leute sich immer aufregen. Wenn irgendwer feedet. Ich meine es ist nur ein normal game. Hi. Pirate Lissandra. Pirate Lissandra. Ja. Mhm. Oh ein Blitzcrank. Jetzt gibt's. Oh. Trap. Trap. Du bist ganz schön deep. Auch wenn es unser Jungle ist. Lass mich doch. Ich wollte nur Nissandra jagen. Ich weiß dass da ein Blitzcrank drin ist. Ja. Da würde ich aufpassen. Und da oben ist auch was. ein Tründermeer im Übrigen. Hallo. Und ein toter Tründermeer. Die Chain ist noch drin. Ja. War ja auch kurz gestunt oder? Und jetzt ist er tot. Ha mit Deathfly Grab getötet. Ich hätte zuerst der Grab machen sollen aber. Na egal. Macht so oder so Schaden also. Jo wie viel macht's eigentlich? Keine Ahnung. 15% vom maximalen Leben. Oh. Ja. Aua. Aua. Okay so langsam bin ich late game. Chase. Ich kann nicht schneller. Ich würde mich an so einen Minion hängen aber das funktioniert nicht. Richtig sneaky der Typ hier. Richtig sneaky tot. Nope. Kein Burst schon. Ach kein bisschen. Buff. LeBlanc. Please. Jetzt bin ich bad ass gleich. Bist du sowieso? Too sorry. Wenn du LeBlanc spielst gewinnst du eh alles. Die Ulti ist unfair. Du kannst nichts machen. Ach ja. Hupala. Was zur Hölle ey. Was? Können kotzen. Kale Ulti OP. Was für Kale Ulti wo? Auf Riven. Achso. Broken. Kauft sich irgendwer von den Magic Cruises? Jupp. Too deep. Ja ach. Du bist immer so deep. Weil gerade die Dingens auch noch hier war. Just go B. Ich komm den gegen. Da rein. Cool. Schaffst du es noch? Ich hoffe. Jupp. Weg. Ah. Was? Was? Sau Bronze. Sau Bronze. Ich habe eigentlich gehofft den einfach nur zum Stun kurz, damit du draufhauen konntest. Aber ich wusste gar nicht, dass das auf unsichtbaren Dingens geht. Ja klar. Warum soll es nicht? Ja. Was du nicht siehst, trifft er nicht. Ganz einfach. Diese Logik. Ja. Richtig. Wieso hat der seine Ulti an? Wieso hat der seine Ulti angeschmissen? Ja. Jetzt hätte ich es angemacht. Aber. Naja. Ich habe ihn vorher getestet. Ja. Trotzdem. Ulti erst anmachen, wenn es wirklich eng wird. Und. Flöp. 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 Bye. Bye. Ich bin unterwegs. Halte durch. Oh. Epic. Die Wände rutscht an. Aber nur ein bisschen, ne? Komm, habe ich. Ne, hast du nicht. Aber sie. Easy. Schlimmer kill, GG. Vain-Nate-Game. Just strong. Natürlich. Es ist nur Vain. Wenn man das spielen kann, ist sie richtig okay. Nein, man muss einfach nur Attack-Speed. Und Schaden. Wuiiii. Den holen wir uns denn. Spätscht. Immer auf den ADC. Ach ja. Ich habe in letzter Zeit nur Twitch-Jungle gesehen. Deshalb. Ich war. Ich kämp' mal hier ein bisschen sowas. Sneaky, sneaky. Und du solltest dir das andere Ding holen. Das andere Ding. Achso, das. Jaja. Bye-bye. Wie viel Damage mache ich? 760. Okay. Da ist ein Lissandra und ein Blitzcrank. Nettes Might. Danke. Ich dachte sogar, der war zu spät. Sie ist nur Riven. Eben. Sie wird schon okay sein. Hol dir lieber Rivenbuff. Ich Rivenbuff, ja. Schau mal damit, du. Nein. Mein Rivenbuff. Nein, nein, nein. Wir sätt' dich doch nicht, scheiß Blubuff. Irgendwo Gegner gerade, ja, nur Twitch. Hm. 2800 Gold. Ich sollte weggehen. Ach was. Robotons. Au. Voidstuff. Incoming. Hinter euch sind Gegner, ne? Ja, hab ich gesehen. Die machen da ordentlich Party. Ich frag mich grad bloß, warum hab ich 105 AD? Weiß ich nicht. Rivenbuff. 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 Der Zwisch denkt an. Dieser Zwisch. Hm? Wir sind so Brainer of K. Rivenbuff. Tja. Was kämpfen wir hier? Na, was glaubst du? Trauen sie sich? Ich weiß nicht. Hast du das andere Turing-Git schon Gold? Oh, warte, er traut sich. Warte, warte, warte. Wir haben zwei als gefällt, aber eine Kommode ausgerecht. Ja, da oben sind auch noch welche drin. Wollen wir da auch mal reinspringen? Ich hüpf. Well, yo. Not even. Komm, 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 komm. Bot, bot, bot. Assist. Ich hab Assist falsch geschenkt. Unfair, ihr habt den ganzen Spaß ohne mich. Was dagegen? Double kill, double kill. Enemy, double kill. Ace. Was? Äh, auch enemy machen wir schon. Okay. Alles erledigt hier. Was hol ich mir denn schönes? Realize? Ja, ne? Ja. Realize, was hol ich mir dann? Frozen Heart? Oder lieber... Äh... Warte. Äh... Oder hier, äh... Willst du dein Schaden machen, oder? Oder die andere. Du könntest dir noch einen Dornpanzer holen. Die haben drinnen mehr und Twitch. Okay. Dornpanzer hört sich gut an. Ich mein ja nur. Dornpanzer. Wenn die zwei Champions haben, die nur auf Attack Speed basieren, und dazu noch einen Renekton. Jo. Ah, fuck. Manchmal merkt man, dass ich ein Clans kennen bin. Nicht so? Steps. 666. Oh. Of course. Wenn ich mit dem fertig bin, ist er 6776. Schnappt euch Blitzcrank. Thanks. Blitzcranker will 13 mit Dings. Mit Dings? Was ist Dings? Äh... Mit... Mit Guardian. What? Ist doch noch mehr hier? Ne. Hier sind Renekton. Wenn das hilft. Hier ist auch ein Trümmermeer. Ich wollte gerade an Ward. Hier geht grad nix mit Ward. Sorry. Ne, ich brauch... Ich brauch... Kommst von unten rein? Okay. Ne, ich wollte nur Ward. Warum? Hingehend alles töten. Das ist dein Job. Ob hier gewaddet ist? Weiß ich nicht. Ja. Ist gewaddet. Hast du das andere? Kannst du es schon benutzen? Noch nicht, nein. Wann? Ungefähr. Viertel noch. Komm mit Bot. Kannst du die Retor? M'kay. Vor 15 Sekunden ist der Nibitor wieder da, Bot. Was treibt ihr da? Die Feuten. Warum? Oh, hier ist ein Blitzcrank. Bye-bye. Keine Ulti. Scheiss-Ulti. Hallo Renekton. Warum, was machst du? Das ist jetzt die Frage. Ich will mir Blitzcrank, wenn du nichts dagegen hast. Fucking Lipplau. Ach ja. Lipplau. Wanna help? Ah, verdammt. Wir haben Support bekommen. Wow. Suchen. Minions. OP. Oh Gott, Kayle. Was soll der Mist? Was machst du denn? Ach, steht am Tower, zündet sich die Ulti und schlägt so zweimal auf einen von denen drauf. Fuck, Hashtags. Niemand mag Hashtags. Das muss jetzt sein. Ich glaube auch. Dass nicht noch ein Hashtag Hashtag gekommen ist. Was? Was, Baron? Das ist Renekton. What? Ron. Nein, ich war nicht zu voll aus A zu schreiben. Ich hatte einfach... Ich sag's einfach bloß immer so. Bitzcrank! Töten oder nicht töten. Töten oder nicht töten. Töten oder nicht töten. Niemals Support auf Focus. Ganz blöd. Renekton töten. Hallo. Aber nicht ulti. Naja, ich hab's doch noch nicht frei, also. Schön gemacht. Danke. Sneaky. Hast du dieses Trinket? Dann mach da rein. Das ist neu. Ja, lasst uns Spawn machen. Twitch frontline. Jetzt go go go. Ich werde trotzdem nur einen Normenden, falls du kommst. Dass ich hinabfahren kann, weil ich kann nur... und und bürstet passt das irgendwo ist ich will nicht vorausgehen ist doch nicht das blitzkrieg sagen blitzkrieg ist tot aber nur bisschen da war gerade ein sopflopfloptau das karten links zurück oder bei sie werden und ist anders und man muss hier fragt mich ob sie da drin ist wenn wir ein Buch aus der Köln ich hab das ich will kannst du denken ja komm abländer okay ich will das ausprobieren machte einfach die tauren und den anderen am besten auch weil ich denke den bist immer noch ich habe ihn gerade in der base getötet und gg ich weiß nicht ob du es gerade weg verfolgt hast aber ich will noch ein das war dann erst mal die folge und ja ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen es beim nächsten mal bis dahin